Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Deluxe mit Schmorwin und wir gehen in die erste Strecke rein, ich laber nicht lange, let's go! Ach das ist die hier, ach du scheiße, die 8 Na die neue 8 finde ich nice, äh, Pizze, die ist nice auf 200 Oh Junge, 200 Der erste Kurve, die ich verkackt habe Habe ich ja auch nicht gesagt Oh wir fahren 200 Danke Oh 200, bockt die aber schon Hat der gerade eine Bröte gewastet? Geiler Faskel Alter, wie weit ist denn der erste mit seinem dreckigen Roy? Na da kommt jetzt ein nochmal für den Bluver Oh scheiße man, was soll das denn? Aber der ist ja so weit vorne, Alter Dem tut ja nichts keiner was an Oh das war Verdriftet Als ob der auf einen dritten Stern hat Na gut War ganz clean eigentlich Das stimmt ja Hast du eine Lieblings-Cola? Wenn ich wählen müsste, glaube ich, die Kirsche oder Vanille-Cola von Coca-Cola Oh Zu früh gebremst Äh, gebremst 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 Als ob da einer auf mich eine rote schießt Uh, das war gut, Marvin Hat genau gepasst vom Timing Psst, oh das war ja dumm Oh, als ob du mich da auch noch getroffen hast Ja, sorry, das war, das war wirklich verdrückt War immer ein dichtgefickter Oh, nice Oh, hier kriegst du keine Items Oh, werde ich von einem Boomerang getroffen Also Ich hab mir scharf geschaffen Boah Hey, geht mir alles So auf den Sack, ihr Schweine Ich brauch das Double Unbedingt Ja, den hab ich noch Ne, hab ich noch nicht geholt Ach, ich wurde so durchgenommen Ey, wirklich Also dagegen konnte ich ja nicht mal wirklich was machen Also es ist eine ganz schwierige Lobby Da hat mir ja gestern die Weltweite Lobby besser gefallen Das war aber auch regional Aber da waren Amis dabei Ja, weiß ich doch nicht Vielleicht sind die über NordVPN oder sowas Reingegangen Genau Das wär jetzt ein guter Zeitpunkt, um dann Sponsoring reinzumachen Ja Hab ich aber keins Ja, schlecht Holt euch alle nicht NordVPN Erst wenn sie mich sponsern Was nie passieren wird Never noch Ich mein, bei meinem geilen Fastkill wäre dort eigentlich eingebracht, aber Oh, Junge, was ist das denn für eine Kurve? Was ist denn hier jetzt passiert? Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Kieseland los? Ist die Kurve krasser geworden zum letzten Mal, oder was? Was hast du krasser geworden? Ne, ich bin lange nicht mehr gefahren und hab irgendwie vergessen, wie diese Kurve hier ging Musst du Ideallinie anmachen Ja Danke schon Oh, die kann kommen Als ob der zweite einen Stern hat Oh, Junge, Alter Oh, Mann, ich war so weit vorne Der hat einen Pilz Gibt's nicht Gibt's nicht Der Scammer hat einen Pilz Und ich werde deswegen Zweiter Ich bin clean durchgefahren Hab keinen Fehler gemacht Es war alles Weltrekordzeit gefühlt Und er wird erster, nur weil er einen Pilz hat Schisch Scammer Aber du hast ja auch schon gut Punkte mittlerweile Nur 6000 Du kannst dir jetzt auch nicht mittlerweile Einen letzten Platz einfach erlauben Musst du auch ein bisschen gucken, dass du hier mal im Mittelfeld landest Mach ich ja die ganze Zeit Mach ich ja die ganze Zeit Naja, eben Aber ich meine nur, es gab auch mal Zeiten, da konnte es so werden, was du willst, weißt du? Oh mein Gott 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 Oh oh Alles verkackt, was ich mal kacken konnte Oh, viel verkackt Der nimmt nicht das Zweier-Item Ehre Boah Da kriege ich ein Item Und eine Sekunde danach klaut er mir das Das soll ich dazu sagen Boah Boah Ich seh die Bahn nicht, weil ich voll gewichst bin Oh Marvin, Alter Du bist aber auch ein Abfucker 5000, wa? Also wenn du jemanden abfacken kannst Oh, eine Kugel War das deine? Rot, Feuer Ja Eine kam nach hinten Die trifft mich natürlich Komm, jetzt kann aber auch mal ein Blitz kommen für mich, oder was? Na ja, guck dir den Faskel an, Alter Und der macht alles mit Items weg Weil er halt Ganz hinten die ganze Zeit stimmelt Und die besten Items bekommt Oh mein Gott Da trifft mich noch die Rakete Schöne Alles Feuer Was wahrscheinlich wieder von Marvin kam Hätte ich mal nicht Da habe ich noch einen Pilz Ah Musst aber die Rote zum Abwehren benutzen Na gut, Dritter Hauptsache von Marvin Der ist nur auf dem Fünften Lost Auch nicht so schlecht Ja, auch nicht so schlecht Aber fürs Abfacken Muss ich schon sagen Das war los Hat aber Spaß gemacht Ja, für dich vielleicht Ich weiß ja mal nicht Ob das Wenn die Chuck immer noch Scheiße Das snitcht Da seht euch Mit nem Pelz Na Marvin Ich wurde von der Grün getroffen Nicht von der Schade Da hast du ein bisschen Feuer gegönnt Bisschen Oh mein Gott Kritischer Hase Als ob der da Bananen hatte Ey, man sieht's halt auch einfach nicht Ey, jetzt wär ich aber auch von allem wieder gebumst Ein Fehler gemacht Gleich auf den achten Königspilz und Pilze Na, auf der Strecke bringst du ja wenigstens was Weil das denn der erste vorne hat So weit vorne, dass ich einen Stern hab Oh fuck, Junge Nicht schlecht Oh fuck Und ein Geist Und noch ein Stern Come on Ja, ich rette den vierten rüber Oh nee Kommt ihr noch vor mir Weil er einfach Bowser ist Aber vor Marvin Das reicht mir Easy 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 Vor beiden Marvins Easy Sehr krank Nochmal erster werden jetzt Oder was heißt nochmal Bin ja noch nie erster gewonnen Allemals Seit vier schon wieder Der gespiegelte Hase Ich bin grad gewonnen hat Warte mal Wär mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen Naja, natürlich wär dir da nicht aufgefallen Du bist ja auch blind Pesos Maximus Blind Pesos? Blind Pesos Maximus, ja Anfängerfehler Habt die Mütze schon benutzt Als ob Du nicht abpackst, Marvin Das ist was wert, Alter Oh, jetzt werde ich wieder durchgereicht Geil Ist doch immer so unnötig In der Luft dann auch noch Weißt du, einfach nur Weil du nachtreten musst Korrekt Ich hab extra drauf gewartet Jetzt muss ich durch Farskill Wieder nach vorne kommen Das ist immer nichts mit Zeit Ja, und ich krieg wieder kein Item Und der gibt mir einen Boost Bevor ich die Abkürzung nehme Mann, wie unlucky ist denn hier alles? Jetzt bin ich hier aber auch mal ein bisschen am rumheulen Aber auch verdient Ja, was soll ich denn mit einer Blube, Alter? Weg damit Ja, wirklich, ey Stern und dann eine Rakete Komm, jetzt muss doch mal jemand Blitz haben, ey Also Ich kann doch nicht der unluckyste Boy on Earth sein Und Planet Earth, Alter Und da wird noch eine Bombe geworfen Ja, da ist ja natürlich ungünstig Da bist du aber weit hin Ne, wir machen noch eine Runde Okay Das wäre ja da vollkommen egal gewesen Ja, sonst wärst du vielleicht ein bisschen weit weg gewesen Was ist der dann plötzlich direkt neben dir? Da bist du ja dann nicht dichter dran, deswegen Ah, geil Fahrfehler Und er prügt es wieder nicht, Mann Oh, ich bin so sauer Mit der Banane kann ich auch nichts anfangen Gibt mir was Gescheites Der kriegt einen Stern hinter mir Und ich kriege vier Pilze oder was Manchmal weiß ich echt nicht, in welcher Relation das hier steht Die Item-Auswahl Soll man da nicht springen kann Oh, verpiss dich Oh, jetzt werde ich aber hier ein bisschen gescammt, habe ich das Gefühl Ja, weil ich jetzt die rote mal auf dich geworfen habe Und mich damit nicht geschützt habe Weil ich dich einfach nur noch abpacken will Mir alles egal, hauptsache dich noch richtig schön mitnehmen Ich wollte gerade sagen, den muss ich doch jetzt hier mal hinbekommen, den Sprung Und ich werde gescammt, Mann So clean wieder So clean wieder Ist nicht passiert Ach, Mann, Marvin Ne, komm, lass uns uns beenden So, liebe Leute Das war's mit der Folge Ich bin gebrochen Ich brauche eine Pause Marvin ist erster Ich weiß nicht Ich wünsche euch einen schönen Tag Haut rein, bis dann Bis zur nächsten Folge Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao Ciao